In internationalen Teams zu arbeiten, hat mich schon während meines MBA-Studiums in Südafrika fasziniert. Als Partner bei DLA Piper gehören komplexe Cross-Border-Deals zu meinem Alltag. Denn DLA Piper berät global zu mehr M&A-Transaktionen als jede andere Kanzlei. Dadurch sind wir auch bei hochaktuellen Themen wie ESG immer einen Schritt voraus. Mit meiner Doppelqualifikation als Arzt und Anwalt blicke ich stets über den juristischen Tellerrand hinaus. Meine Ambitionen? Fachliche Exzellenz und ganzheitliche Life Sciences-Beratung auch zu komplexesten Fragen der Hochleistungsmedizin und Spitzenforschung. Denn bei DLA Piper entstehen die besten Lösungen aus Vielfalt. Als Patent Litigator muss ich vorausschauend beraten und zukunftssichere Ergebnisse liefern. Dabei nehme ich stets die Frage der Patentverletzung und den Rechtsbestand des Patents gemeinsam in den Blick, um für unsere Mandantinnen und Mandanten das bestmögliche Gesamtergebnis zu erzielen. Die enge Zusammenarbeit mit meinen Real Estate-Kolleginnen und Kollegen bildet die Grundlage für unsere umfassende Beratung in allen Phasen von Immobilienfinanzierung. Mit Branchengespür und dem Blick fürs Wesentliche begleite ich sie dabei im Wandel und schaffe so Sicherheit in bewegten Zeiten und Märkten. Vom Bau und Betrieb des Büros der Zukunft bis hin zur Entwicklung von Wind, Solar und sonstiger Infrastrukturprojekte. Gemeinsam mit unseren Mandantinnen und Mandanten beschreite ich täglich neue Wege, um Visionen erfolgreich umzusetzen. Mein Versprechen, unser breit aufgestelltes Real Estate-Team baut Ihnen belastbare Modelle mit Weitblick. Musik 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 Musik